Servus Leute und Herzliches Willkommen zu Happy Wies auf Bayerisch. Eine alte Serie von mir, die damals wirklich verdammt gut angeschaut, das haben sich verdammt viele angeschaut. Es ist eine Rolle von mir wie auch der Gary. Ich spiele halt eben den Bayern, der richtig richtig Bayerisch ist. So ein Typ halt, so ein richtiger asozialer Bayer, der rassistisch ist, der dumm ist und einfach nur scheiße labert und Vorurteile hat und gegen jeden irgendwas hat auf der Welt. Außer die Bayern, die Bayern sind die kleinsten. Das ist halt eben so meine Rolle. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Wie gesagt, das bin ich wirklich, das ist nur eine Rolle. Und dennoch viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe es gefällt euch und kommt jetzt öfter. Und ich möchte es auf Bayerisch machen und ich meine jetzt ist ja Bayern ist ja Weltmeister geworden. Und ich Deutschland, ich sage Bayern ist Weltmeister. Alle, was sagen Deutschland ist Weltmeister, jetzt könnt ihr euch in den Arsch ficken, weil alle, was bei Deutschland sind, sind das Spiel bei Bayern. Also Bayern ist Weltmeister. Wir sind die Geist, wir ficken die ganze Welt. Und wenn du was anderes sagst, dann gehörst du die Geist, dann scheiße wieder ins Maul, du trägst sie auch. So, wie gewohnt, schwarz aus dem Maul, so gehört sich das. So, wir spielen einmal ein bisschen, View Level Replays, das brauchen wir nicht. User Level Browser, ja das ist ein Wahnsinn, das brauchen wir. Wir brauchen Eier, hat Oliver Kahn immer gesagt. Und der Neuer, der Neuer, der hat Eier, der hat solche fetten Eier, du. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn, was der für fette Eier hat. Hatten wir mal einen Zack, hatten wir mal einen Zack. So, dann spielen wir mal ein Rating. Wir brauchen ein Rating und wir brauchen ein Super-Rating. Wir brauchen ein richtig geiles Rating. Wie mache ich das denn überhaupt? Wie mache ich das? Das will ich ja nicht spielen, ich will ja Leute Gute. Relaxen, aber die Rexen brauchen wir nicht. Wir sind Weltmeister. Die Bayern brauchen nicht relaxen, wir werden Weltmeister sein. Halt die Gaste. Hallo Berge, hier ist ein kleiner Nachfolger von dem letzten Label. Wie ein Wahnsinn. Okay, es ist nicht schwer, es ist ein Leber, es ist möglich. Ja, dann schauen wir uns das mal an. Mit wem kann man denn fahren? Mit der Fetten. Ja, mit der Fetten ist super. Und wir haben einen neuen. Was ist denn das? Ach du Scheiße, das ist ein neuer Fetter. Das ist supergeil. Was ist denn mit dem los? Ich weiß ja gar nicht mehr, wie das geht. Wie geht denn das? Wo haltet man sich denn fest? Hallo? Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Wie geht das? Ja, kind du fette Sau, du. Ich bin auch nicht der Dünnstürmer. Das ist eine fette Sau. Äh. Oh. Ah. Ah, jetzt weiß ich. Oh, jetzt hab ich den Helm verloren, verdammte Scheiße. Jetzt weiß ich auch, wie es geht. Ah, Scheiße. Warte, warte. Ah, ja. Oh, da explodiert. Jetzt hab ich explodiert. Jetzt verdammte Scheiße. Ja, Wahnsinn ist das. Kind, du fette Sau, du Scheiße. Wie hat denn deine Mutter dich rausgepresst aus ihrer Muschi, wenn du so fett bist, du Scheiße Sau? Jetzt schon glotzert mit deinen 20 Jahren. Hast schon ein Glotzene, weil du so Scheiße bist, du Blöderhund. Die eigenen Hafe verabschieden sich von dir. Du Scheiße, Drecksau, du Behinderte. Wahnsinn. Ja, das Level ist ein Scheiße. Also wer das Level gemacht hat, der kann sich gleich aufhängen gehen. Der kann sich gleich aufhängen gehen, der braucht gar nicht mehr Leben. Der hat schon, dein ganzes Leben hat er schon. Der ganzes Leben hat er schon verplant. Kannst gleich vergessen. Ah, da. Rating. Thought by Rating. Ja, super. Jetzt schauen uns leider die Gurtel-Levels. Aber leider die Gurtel-Levels, die sind gut. Das ist normal. Das ist normal. Was haben wir denn da? Der Bluff. Der Bluffsterkauer. Das hört sich super geil an. Das machen wir jetzt. Wahnsinn. Schauen wir mal, ob das einem Weltmeister gerecht wird. Weil ich bin ein Weltmeister, aber mir kannst du nicht alles geben. West Space and Yellow Keys. Ja, mach ich ja. Hallo. Kannst du fahren? Ah, oh. Ja, super. Das war's, oder wie? Aha. Also das steuert sich ein bissl behindert, muss ich sagen. Da war, ah, die Maus sieht man. Also da war kein Bayer dran. Weil nur Bayern sind nichtige Menschen. Ja, nur wir Bayern sind nichtige Menschen. Das andere kannst du vergessen. Ach du Scheiße, da machen wir ja alles hin da. Also ich muss sagen, das ist alles besser geworden mit der Zeit. Das ist ja Wahnsinn. Die haben wir ewig nicht mehr gespielt. Da könnt ihr das Texaco-Scheiße dahin machen. Die blöden scheiß Mexikaner. Die Tortilla-Fresser und die... Was fressen die denn noch? Was fressen denn die? Die TACO-Fresser. Ja, das sei nix wert. Weil alle Menschen, die nicht weiß sind, das sei nix wert. Wie die Mexikaner, die sind braun. Braune Menschen sind Menschen zweiter Klasse. Das ist normal. Und Schwarte sind Menschen dritter Klasse. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn ist das. Bluff Company. Was ist denn das für eine Scheiße? Was ist denn das für Fahrer überhaupt? Ja, ist das schon Wahnsinn ist das. Ja, mei. Aber geht gut ab da. Geht gut ab. Wir seien nicht der Zug. Wir seien ein Zug, Freunde. Wir seien ein Zug. So, der nicht wirklich schnell fährt. Da haben wir noch ein Heli. Wo geht's denn da hin? Wir gehen ins Gefängnis rein. Ins Gefängnis direkt rein. Ja, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn ist das. Boah, das war ja super geil. So, wo spielen wir denn da? Pogo Pro. Und jetzt machen wir den Rob Swing. Ja, Rob Swing, das ist meine Lieblingsdisziplin. Jeder, der früher das geschaut hat, der weiß das. So. Hoppa. Ja, das ist das allergeilste. Das mögen wir wir Bayern. Das ist ja Wahnsinn. Aber dann komm ich da vielleicht runter. Da hebt dich fest schön. Ja, ja, ja. Das machen wir schon. Ja, schön. Boah, das schaut aus wie Haare von einer Muschi, die sich nicht gewaschen hat. 70er Style. Haha. Das ist ja Wahnsinn. Ja, gewaschen. Hab ich gesagt, gewaschen? Ja, waschen tun sie sich auch nicht mehr heutzutage. Ja, die blöden Tutten. Die waschen sich auch nicht mehr heutzutage unten. Die riechen alle nach Fisch. Das ist ja Wahnsinn. Da denkst du, der ist jung, der putzt sich und wascht sich. Nein, der stinkt nach Fisch, wenn sie die Muschi hat sagt. Das ist ja Wahnsinn, das glaubst du gar nicht. Das hab ich schon öfter erlebt. Oh ja, volle eine da. Ja, ist wunderbar. Das war ein Label. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Das ist ja super geil. So, was mach man denn noch? Five Ways to Die. Five Ways to Die. Das ist ja super. Das mögen wir wie in Bayern. Weil wir in Bayern haben leider alle fünf Wege zu sterben. Und das ist durch Weizen, Bier, Weißbier und durch unsere Brezen. Ja, alles andere kann uns nicht töten. Oh, das war's schon. Ah, warte mal. Da muss ich ja was machen. Da kann ich ja nicht gleich durchfahren. Da muss ich ja was tun, ne? Da muss ich ja was machen, in Bayern. Wahrscheinlich Bayern sind ja gewohnt nix zu machen. Und wir sind trotzdem immer die Besten. Ja, auch wenn wir nix tun. Wir sind die Besten darin. Das ist ja Wahnsinn. Oh, da hat sich der kleine blöde Scheißhund den Kopf hingemacht. Ja, aber steig schnell auf ihr auf das blöde Stuhl da. Da bist du ein lapperter Hund da blöder. Das machen keine Bayern. Suicide. Ja, also wenn die Fette Suicide macht, dann verstehe ich es sowieso. Weil so fett wie die ist, da lohnt es sich nimmer zum Leben. So, mach. Mach jetzt. Oh nein, jump. Ach so, die Fette stirbt ja gar nicht. Schade. Erwartungen wurden nicht erwühlt. Das ist ja Wahnsinn. Aber mehr Blut könnt ich machen. Das wird zu wenig. Das wird in Glut. Das müssen wir beim nächsten Mal ändern. Meteorit. Oh, Meteorit. Der Papa, unser kleiner Scheißsaun. Bei Inzestgeburt. Hat er mit seiner Schwester gemacht. Oh, und ja. Der haben sie es gekriegt. Alter, was mit der Schwester Kinder machen, da passiert sowas. Da kommt ein Meteorit und der Flecker auf den Schädel. Oh, ein Neger beim Scheißen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Aber Neger kannst du ja von Scheiße sowieso nicht unterscheiden. Das sind ja beide braun. Das war fies. Ja, das war fies. Aber wir Bayern, wir seien so. Die Bayern sind ein lustiges Volk. So, du stirbst jetzt beim Scheißen. Oh, ja, da hat's ja ordentlich geschissen, der Neger, dass ihn das Arschloch zerriesen hat. Das ist ja weiß. Wahnsinn. Explosive Diarrhea. Ja, das ist ja. Oh, Aliens. Aliens gibt's auch. Ja, die kommen nicht zu uns noch feiern. Boah. Und wenn sie kommen, dann kommen sie, um Weizenbier zu trinken. Und Weißbier. Bayerisches Bier ist das beste Bier auf der ganzen Welt. Da braucht man gar nicht drüber reden. Da braucht man gar nicht drüber reden. Weltmeister sind wir. Wir haben das Weltmeisterbier. Weltmeister sind wir. Wie der Müller schon gesagt hat. Steiß auf den Gold in den Schuh. Das kannst du hinter dir anschmieren. Wir sind Weltmeister. Weltmeister sind wir. Ja, Weltmeister sind wir. Ja, Alzheimer haben wir auch. So, was machen wir jetzt? Badlroom. Badlroom, das ist super. Nein, das brauchen wir nicht. Come back to life. Ja, come back to life. Das ist super. Das machen wir jetzt. Was ist denn das? Oh, da sind ja Magier dabei. Timmy, come back to life. Ja, gib Timmy. Oh. Ja, da steht da jetzt der Timmy. Oh, jetzt ein Mirakel. Ja. Also, das haben sie jetzt ordentlich übertrieben. Das Auto hinterher noch, das hat man nicht gebraucht. Ne. Das Auto hinterher, das hat nicht sein müssen. Ne. Das hat nicht sein müssen. Ich meine, übertreiben brauchen wir sowas nicht. Also, übertreiben brauchen wir sowas nicht. Ich meine, das war ein weißes Kind. Wenn es ein Neger gewesen wäre, dann wäre es ja okay. Aber es war ja kein Negerkind. Also geht das nicht. So. Kill your family. Epic Glasspray. GTA 5 Quiz. Nein, ich brauche kein Quiz. GTA 5 ist ein Scheiß. Attack of the Timmies. Das hört sich gut an. Attack of the Timmies. Das ist super. So, jetzt machen wir da die ganzen Dreckskinder hin. Ah, über den ersten bin ich nicht rüber. Oh. Oh, die ganzen, die ganzen, die ganzen Timmies. Oh, oi, 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 oi. Oh, da bin ich nicht rübergekommen. Bin ich nicht rübergekommen. Das ist ja Wahnsinn. Oh. Oh, 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 oh. Hab sie einen fetten gesehen. Der hat ihn vergewaltigt. Super, bin rübergekommen. Ja, Wahnsinn. Ja, ich bin ja volegal. Ich bin ja supergeil. Ja, seit ich Weltmeister bin. Ist ja Wahnsinn. Ich bin ja als Bayern. Ich bin ja in München. Seit, seit, seit wir Weltmeister wurden sein. In Bayern. Ich verliere nimmer. Egal, was ich mache. Ich habe im Lotter gespielt. Ich habe gewonnen. Ich habe alles gewonnen. Na, Lotteriescheine. Alles. Alles. Das ist ja Wahnsinn. Mittlerweile bin ich reich. Mittlerweile bin ich reich. Weil Deutschen kann ich nicht mehr verlieren. Was machen denn die da? Loading Dads. begrüßen ich. Mein Glutzer ist ja failed. Ich leck mich nach der Marsch, blöde Sau. Was willst du jetzt? Ich soll dich auf Facebook adden. Ich werde dich stalken auf Facebook, ich schicke dir ein Packtl Scheiße bei Facebook, du Arschloch, du Schirrsch, ich scheiße dir ins Maul, du Drecksau, du Schirrsch, du Inzestprodukter, über Game of Thrones, alles Inzestprodukte, das ist ja Wahnsinn, dann nehmen wir wieder mal den Fetten da, oh, das ist ein Fetter mit dem Heli, ja ist das geil, ja ist das geil, da kommen überall durch, oh, ein Fetter mit dem Heli, das ist ja supergeil, das ist ja Wahnsinn, das habe ich ja ewig drüber gespielt, das weiß ich gar nicht mehr, die fette Sau mit dem Heli, aber ein Wahnsinn, dass der überhaupt in die Luft raufkommt, oh, ja, das ist kaputt, das ist kaputt, du fette Sau, na, was machst du jetzt, jetzt bist du aufgeschmissen, oder, jetzt bist du aufgeschmissen, wie macht man denn eigentlich da ein neues Restart, wie macht man ein Restart-Level, ich weiß es nicht mehr, da hat es ein Tasten gegeben, da habe ich ja gedruckt auf R, das ist nicht gegangen, verdammte Scheiße, Final, ja, schau, Final, ja, wir haben gewonnen, wir Deutschen, wir Deutschen haben gewonnen, wir sind die Geilschen auf der ganzen Welt, habe ich ja gesagt, das ist ein Wahnsinn, du musst dir so ein Scheiß-Argentiner da irgendwas machen, da, oder? Geht nicht, der Messi, der Messi, der hat gar nichts können, der Messi, das ist ein Lapper, der Hunderbläder, der Messi, der kann gar nichts, so, jetzt haben wir das auch hingemacht, super, schauen wir, dass wir mal den Fetten ein bisschen davor kriegen, mit den Füßen, so, komm, Wahnsinn, oh, das hat sich nichts gebracht, Ich drücke auf R, aber da passiert nichts, hallo, muss ich da vielleicht reinklicken und dann, nein, jetzt fliegt mein Heli weg, hey, Heli, oh, ist ja Wahnsinn, also das Replay, das funktioniert nicht, also muss ich vielleicht auf Exit und dann, hallo, hat sich jetzt das ganze Spiel auch gehängt, oder was, hallo, hey, wollt ihr mich verarschen da, mein Spiel hat sich auch gehängt, das heißt wohl auf Deutsch gesagt, äh, aufzuschweinen, ne, also, Leute, Schönen, das war Heliwies auf Bairisch, ich hab heute leider kein Bier gehabt, ja, normalerweise ist es eine Version, da, wenn ich anfange, ja, mit dem Scheiß, dass ich ein Biersauf auf Ex hab, ich hab gern ein Bier da gehabt, deswegen hab ich das nicht gekämpft, das machen wir im nächsten Mal wieder, und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, was ist mir Heliwies auf Bairisch, ja, das gibt jetzt jede Woche ein Mittwoch, ja, jede Woche ein Mittwoch, jeden zweiten Woche ein Mittwoch, weil ich mach ab und zu mein Karaoke, ab und zu mein Heliwies und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal, Ciao!